So, Fischies. Eins, zwei, drei, vier. Messer und Folgen. Dass da irgendwie nicht wenigstens so ein Fetzenleder übrig bleibt. Also ich verstehe ja, dass man aus so einer Fischhaut sich keine Hose oder eine Handtasche macht oder so. Das ist ja Quatsch. Aber zum Bauen dieser Crude-Ex zum Beispiel braucht man ja einfach bloß so Lederfetzen, dass man die nicht aus Fischhaut auch machen kann. Na gut, das wäre wahrscheinlich einfach nicht stabil genug, ne? Ach, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Das ist was ich wieder vermisst habe, aber bestimmt. Okay, gucken wir noch ein bisschen was. Und unser Hunger ist noch bald gestillt. Okay, wenn wir hin und schnell durcheinander kommen, lege ich mir jetzt hier das frische Fleisch her. Das ist eigentlich also Fisch. Das ist eigentlich Fisch einfach. Wir haben noch so ein paar Metal-Dinger. Da fliegt wieder einiges rum. Okay, den könnte man in so eine Kiste packen. Ja, dazu sollte man den vielleicht nicht über die in der Hand haben. Mann, ey. Muss ich schon mit dem Menü zurechtkomme. So. Wir wollten was bauen. Crude Hammer. Was braucht man denn eigentlich für einen Crude Hammer? Zwei Steine, ein Lashing. Einen Stein haben wir hier. Finden wir noch einen zweiten auf dieser Insel? Ich glaube nicht mehr, ne? Oh, alles schon gesammelt. Ein Stein, ein Stein. Gebt mir ein Stein. Das ist keine Ahnung. Meine Wild Resource. Wir könnten gleich mal eine Spitzhache gebrochen. Crude Ho. Was haben wir denn hier? Pickaxe. Da brauchen wir Leder für. Da geht's los, ne? Wir brauchen Leder. Wir brauchen irgendwo so ein Tier oder so. Wieso liegen eigentlich unter Wasser keine Steine? Ist das nicht irgendwie... Da könnte doch ein Stein einfach liegen. Ach, das ist ein Joker gewesen. Guck mal, hier gibt noch so ein Ding. Nice. Unter Wasser könnte man doch einfach auch mal einen Stein finden, oder nicht? Also, so rein vom Sinn-Ding. Ähm, ein Stein. Wir haben nur einen Stein. Muss ich jetzt wegen so einem Stein rüberschwimmen, oder was? Genau, wir könnten ja mal noch das Ding zu Ende hacken. So, die Palmblätter. Okay. So, die Stämme müssen wir ja dann irgendwann sammeln, ne? Dann müssen wir ja dann irgendwie Planks draus bauen. Dann bauen wir uns hier eine schöne Hütte. Ähm. Hier hinten hatte ich die komischen Palmenwedel. Mal gucken, ob die jetzt hier wieder rumfliegen. Ja. Ich fange schon damit springen. Ist okay. So. Alle Palmenwedel auf dem Haufen. Das sieht aus wie Kunst. Sollte es auch werden. Den Lok packen wir hierher. So. Das Essen müsste doch auch so langsam soweit sein, oder? Guckt miet. Klar. Hier würde ich gucken. Was soll ich da hinkriegen jetzt? Komm, trink noch einen Schluck. Während das da kocht. Das geht eigentlich ganz gut mit dem Wasser hier, ne? So. Empty. 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 Dann machen wir die hier mal noch voll. Und dann kann das Wasser wieder sammeln. Und da sind wir doch vier Trinkbare da. Oh, ich könnte schon eine trinken. Hier. Voll. Mal was essen. Und dann hoffe ich doch, dass wir bald wieder auf dem Damm sind hier. Äh, sagt man was so auf dem Damm? Ja, ne? Es ist einfach gerade viel zu spät. Müssen irgendwie, ja, diese Kisten, ne? Die können wir doch bestimmt noch schön platzieren irgendwo. So. Eins. Zwei. Hier ist die dritte. So. Da war jetzt der Hammer drin. Was hat man hier eigentlich? Taschenlampe, Schraube. Ist auch nicht verkehrt. Können wir nur gebrauchen. Ne Torch. Torb. Das Torb. Ich kann doch mal rausnehmen. Hier haben wir eh schon Torbs. So. Ich habe hier schon vier Stück. Zwei haben wir schon verbaut. Da findet man also eigentlich gut Zeug, ne? Kann man nicht meckern. Ja, so dieser Schrotthaufen. Da sind die Planks. Hier ist auch noch Schrott. So. Ist die Ordnung. Wir sind noch Planks. Ich pack mal mit zu den anderen Planks. Bei dem. Frack war ich noch gar nicht, ne? Jetzt waren wir zu weit draußen. Da hatte ich Angst vorm Hai. Guckt mit. Hier. Alter, wie ich jedes Mal falsch gucke. Einmal noch was essen. Dann ist man satt. Lügen. Hier konnte ich doch. So Stofffetzen machen. Ne Clothes. Da habe ich doch das Segel draus gefummelt. Ah, das funktioniert alles ganz gut. Wir müssten nur mal echt ein Tier finden irgendwie. Welche Richtung machen wir denn das nächste Mal? Schwer mal für Tierrichtung. Waren wir da jemals schon mal? Hinter dem Frack? Da gucken wir als nächstes hin. Los, komm. Scheiß drauf. Essen jetzt. Das Feuer, das brennt. Ne, das kann man auch ausmachen. Äh. Okay. Ich wollte aber noch was essen. Verdammt, das braucht es ja die Kindlings. Ah, wo sind die Kindlings? Das war jetzt ein bisschen doof. Ich dachte vorhin, ich kann das Feuer nicht ausmachen. Aber das ist nice. Zu wissen, dass man das Feuer auch ausmachen kann, wenn man es nicht mehr braucht. Dann spart man sich das Holz. Okay. Also das Feuerholz, was man da so reinpackt, das meine ich. Das spart man sich dann. Wenn wir dann losmachen, was brauchen wir denn da nicht? Die Refined Axt brauchen wir nicht. Wie, ich würde da... Ich bin doch einfach... Ich bin doch einfach zu blöd. So. Small meat. Komm schon. Ha, da ist es. So, Essen. Nimm das. Pack's drauf. Wir sind satt und nicht mehr durstig. Und dann sollte auch unser Health wieder hochgehen. Ich bin gespannt. Wir sind noch Poisoning. Wir sind noch nicht Healing. Oder Healthy. Kriegen wir aber hin. So. Jetzt machen wir mal einen kurzen Schnitt, weil dann kann das Fleisch hier noch in Ruhe... Der Fisch noch in Ruhe fertigbraten. Ich gehe mal schnell pinkeln. Und für euch ist es jetzt bloß ein kurzer Magic-Schnitt. Cut. Perfekt. Perfekt. Dann ist es jetzt gleich Nacht, ne? So. Auf jeden Fall, das Feuer können wir ausmachen. So. Wir speichern einmal, weil wir sind ja fast wieder gesund. Das sollte man sich vielleicht sichern. Und wir schlafen einmal. Und dann ist es bestimmt jetzt mitten in der Nacht. Okay, wir haben Durst und Hunger. Guck mal mit. Bitte lass das nicht vergammelt sein. Ist gut aus. Okay, schnell das Trinken. Okay. Komm, jetzt müssen wir doch mal wieder... Gibt's ja wie... Muss ich ein Gegenmittel finden? Ich glaube, ich habe noch ein Herz eingebüßt, ne? Hm. Gute Vergiftung. Wollten irgendwo hinfahren, ne? Ich wollte mal... Wir hatten eine Taschenlampe. Da irgendwann die... Ach, du musst die anklicken, damit du die nimmst. Alter, das hat's ja nicht. Ob da irgendwann die... Batterie alle ist? Okay, wir haben was zum Jagen. Wir haben was zum Zerhacken. Was zum Zerlegen. Wir haben eine Taschenlampe am Stissel. Wir sollten vielleicht noch den Kompass mitnehmen. Und dann... Düsen wir mal mit dem Boot. Ich weiß nicht, was ist das jetzt unbedingt... Ist das so geil, das Boot? Eigentlich, ja, ne? So. Wir müssen erstmal irgendwie auf die andere Seite der Insel. So eine Kurve kriegen. Da ist das Frack, oder? Das meinte ich doch vorhin. So. Zu welcher Insel wollten wir denn fahren? Zu der da, glaube ich, ne? Ich hoffe, wenn ich jetzt hier... ...absteige, dass ich hier nicht gleich reinfahre. Sehe ich hier was. Das sieht gar nicht so tief aus, ne? Wenn es hier ein Hai kommt. Die Taschenlampe kaputt geht, oder was? Ich wollte jetzt erstmal gucken. Da ist unsere Insel. Das ist... Oh, ich kann natürlich wieder super was sehen. Dann ist ein Norden. Dann ist da oben... Süd... West. Süd... Südwest. Das ist unsere Insel. Dann müsste das ja... Da. Nord-Nord-Ost sein. Genau. Nord-Ost. Also müssen wir nachher Südwest wieder zurück nach Hause. Oh, stepp. Ich lasse den Kompass fallen, ey. Gibt's da nicht. Kann man nur so bescheuert sein. So, mal gucken, ob die Taschenlampe unter Wasser funktioniert. Die funktioniert unter Wasser. Wie geil. Okay. Ich habe nicht so viel Luft, ne? Äh... What? Duptape? Oh, ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Fuck, zu lange. Ich habe wieder zu lange gebraucht, weil ich so doof war. Oh, nein. Jetzt hörst du auf, nicht noch. Puh. Ah. Wieder ein Herz verloren. Ja, aber warum jetzt? Wegen dem Poison oder wegen der Luft? Das ist eine gute Frage. Komm, wir versuchen es nochmal. Ich habe das Gefühl, im Dunkeln kommt der Hai nicht so schnell. Hä? Was war das? Ach du Scheiße. Mich hat was angegriffen. Was war das? Nein. 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 Oh, ich mache es nie wieder. Leck mich doch. Du verdammter. Ich fahre jetzt an die Insel. Bevor wir hier noch irgendwelche Zeit verschwenden. Äh, da war die. Da ist sie zu Hause. Dann müssen wir... Zu der wollte ich, ne? Ja. Das Frack können wir später immer noch abgrasen. So, auf zu neuen Ufern. Okay. Was haben wir denn hier? Crabs. Okay. Jetzt musst du sicher sein. Einen Stein. Den können wir ja gebrauchen. Einen Stein. Da ist ein Crab. Hier haben wir so Treibholzzeug. Ist auch nicht verkehrt. Haben wir hier mal irgendwo ein Tier? Ah, wieder was Crabs. Nur Krebse. Sticks. Juckas. Tarps. Okay, die können wir... Die nehme ich gern. Können wir bestimmt auch gut noch ein Dach oder sowas bauen. Oder... Ah, hier spannend. Was war das gerade? Sowas Rotes. Das gehört, glaube ich, zur Pflanze. Jetzt haben wir den hier drüben. Nehmen wir noch einen Stein. Da sagen wir nicht... Nein. Es ist spät. Da fängt er an zu reiben. So. Rochen. Es wird alles verbalisiert, was wir sehen. Ja, aber so kriege ich ja wieder keinen... Däh. Lack und Lady. So. Stick. Wir bräuchten vielleicht sogar drei. Könnte ich mir wieder so ein Zeichen basteln. Jetzt nehme ich wieder die große Frage. Welche war unsere Insel? Die? Oder die? Die war unsere. Südwest. Stick. Nee, das trifft es noch nicht. Das trifft es. Tada. Okay, unser Signal, unser Zeichen. Wir fahren jetzt mal darüber zu dem. Uh, 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 uh. Jetzt dachte ich gerade wieder unser Schifffahrt ab. Also, fällt um. So. Interact. Da ist das Segel gespannt. Ich glaube, die war unsere. So, der fahren wir. So, los. Kurve kriegen. So. Gegenlenken. Und auf geht's. Okay. Ich habe natürlich vorher nicht auf den Kompass geguckt. Aber ich hoffe, dass wir unsere Insel gleich wiederfinden. Also, nicht unsere, sondern auch der, der wir gerade waren. Ähm. So, zurück, zurück, zurück. Dass das hier nicht wegschwimmt. Gekommen sind wir, glaube ich, von der. Das geht mit unserem Kompass. Da. Südost. Und dann müssen wir nach Südwest. Also müsste ja unsere Insel ungefähr süd sein. Ist das vielleicht unsere Insel? Keine Ahnung. Tarp haben wir schon dabei. Stein können wir auch. Wir brauchen acht Tage gelebt. Nice. So. Und so langsam sollte unser Inventar dann voll sein. Haben wir denn hier mal ein Tier oder so? Nee, ne? Könnte ich das Tier mit irgendwas verscheuchen? Also könnte es sein, dass das, wenn das uns sieht, halt gleich versteckt. Und weil ich ja immer so schön auf den Boden rumgucke, deswegen sehen wir das nie. Nee, ne? Also Sticks können wir schon keine mehr mitnehmen. Ist da nicht nochmal so irgendwie... Ja, nee, ne? Ja, nee. Was sagen wir auch, okay. So hier. Ja, danke. Ja, danke.